Moin Moin, liebe LSG-Meine zu einer weiteren Folge in der Singleplayer-Karriere auf der Map SOS NOVKA! Let's go! Was fliegt an? Blüde Sorgen... Helfer, Ernte, weiter! So... Wie haben wir... Ich hab schon das da... ...und 20... ...und 20 haben wir auch schon einen Kurs... Müssen wir den kurz mal laden... ...und den Dresch auswählen... ...jo, den wählen wir hier... ...nehm... ...durchfahren... ...gut... ...wunderbar, prima... ...und dann hier weiterfahren... ...und dann hier weiterfahren... ...und dann hier weiterfahren... ...und dann hier... ...und dann... ...warten... ...so... ...was fliegt denn für mich hier an? Ich würde sagen... Ich würde sagen... ...ich mach den einfach... ...bisschen Auftrag... ...weiße... ...bisschen gut Auftrag... ...also... ...so... ...gucken... ...dreschsundere Pokemon... ...dres... ...wischen lang... ...für diese... ...Sendung... ...dear... ...dres... ...dres... ...tu... ... 24min... ...우�spindend... ...ちょ... ...kann... ... vlogging... Ah, das geht ja nicht, ich bin mit einem Auftrag, da kriege ich ja nicht, da kriege ich vorher noch nichts. Naja, mal ohne, ich will auch zwei hier. Stop, stop, stop! So, stop, stop! So, stop! So, stop! So, stop! So, stop! So, stop! Oh, toll. Anregungen? Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, Anregungen, worauf ich hinzufügen soll, die ihr sehen wollt, welche ihr empfehlen könnt. Und das weiß auch, könnt ihr auch schreiben, worauf ich hinarbeiten soll, aber ich mir schon Kühe kaufen soll. Meine Kühe, die haben schon. Mein Weissschneidwerk habe ich auch noch gesehen. Entschuldigung! Wie geht das jetzt? Ja, gut. Wie geht es jetzt nicht? Es ist ein normaler Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Verbrauchtmord noch mit hinzufügen, finde ich ganz cool, ich zeige auch die Drehzahl an und ich fühl's gut gehen, schon gebraucht, oder momentan. Finde ich ne coole Sache. Denk was am Ende heißt. So, ich bin fast fertig. Schöne die, Schöne die, Schöne die, Schöne die. Ja, ich bin jetzt ne Schneidchiff und so, ne. So, dann sind wir gleich hier durch, dann gucken wir mal was die Hilfe machen. Oh, dann müssen wir mal. Kontrollen ist, vielleicht saufen die wieder irgendwo ne Ecke und ein Bier. Ich bin fast fertig. Ja, ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Sie sind fast fertig, ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Ich bin fast. So, nochmal zurück. So, wie neu ist das? So, wie man sieht. Oh, der ist fertig. Okay. 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 Wir können schon mal hinstellen auf Code 20. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. So, der macht fertig genug zu bewahren. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ja nicht doof, ich werde die Läscher einfach zurücksetzen und hab ich den beim entlaut. Dann muss ich noch hierher fahren. Ja, ich schlau. Kommer, ich schlau. Sie haben mich voll und ich bin ja nicht mehr. Ich bin ja sicher. Ich lasse Sie, die liegt nicht mehr. Ich bin ja sicher. Ja, ich bin ja sicher. So, dann werden wir... Nein, nein. Zurücksetzen. So, dann haben wir das Ding hier schon. Wunderbar, dann haben wir das hier. Denken wir entlassen. So. So, ich würd sagen... Das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, würd ich sagen... Und einen schönen Restauranttag. Bis zur nächsten Folge. Euer King Baba. Ciao, ciao.